Dann wollen wir dich mal einstöpseln. Biffi? Oder Biffi? Sehen wir nach, was es ist? Hallo? Jemand da? Und wir sind online. Hey, warte auf mich! Warte! Wir sind im Internet. Heilige Scheiße geht's hier ab. Das ist ja der Wahnsinn. Wow, so ein Riesenhaus. Gurgle, da sollten wir mal nachsehen, was das ist. Weiterleitung zu Ebay. Der nächste Artikel ist ein Gemälde auf Schwarzen Samt von einem traurigen Kätzchen. Das Einstiegs- 300. 305. Äh, 320. 325. Oh Mann, der spielt echt gut. Pass mal auf! 27 und eins! Verkauft! Lord! Ich brauche nur eine Kreditkartennummer. Was? Eine Kreditkartennummer? Sir, es kostet 27.001 Dollar. Dollar? Wie Geld? Wir sind lauter durchgeknallte Freaks. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Hier spielt alles verrückt. Wir müssen hier raus. Mitkommen, Kleine. Was passiert hier? Das Internet bricht zusammen. Oh nein, ich raste komplett aus. Rache und reif! Mir reicht's jetzt! Was? Drecks-Internet. Chaos im Netz. Hey, wo gehst du da hin? Pfannkuchen. Oh, wie cool! Lass mich mal! Pfannkuchen! 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 Hau rein, Hoppelhäschen! Ist, ist, ist! Ralf, vielleicht führst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein! Das Kätzchen kriegt den Milchshake! Das Häschen kriegt den Pfannkuchen! Pfannkuchen!